NFTs auf Bitcoin haben heute auf Twitter ziemlich viel Welle gemacht. Noch dazu sieht der Bitcoin-Preis etwas droppy aus und wir schauen uns einen richtig guten Airdrop an. Und damit natürlich herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich wie immer, dass du mit eingeschaltet hast und ich freue mich über jedes Daumen nach oben und Kommentar für den Algorithmus. Denn ich musste mir heute einen richtig langen englischen Text durchlesen, um das Ganze zu verstehen, wie das mit den NFTs auf Bitcoin funktioniert und warum das eigentlich eine richtig gute Sache ist. Denn wenn wir uns mal überlegen, Ethereum hat nur wegen NFTs oder einen Großteil wegen NFTs seinen Hype und Price Run mitgenommen und richtig viele Gebühren erwirtschaftet, dann haben wir als nächstes eigentlich auch Solana, die als NFT-Blockchain richtig, richtig an Bekanntheit bekommen hat. Und NFTs sind so ein Grundbaustein geworden von diesen Blockchains, um viele Gebühren zu generieren, um viele User und Transaktionen zu motivieren, auf der Chain zu agieren. Und das ist jetzt auf Bitcoin möglich. Allerdings muss man dazu sagen, und die Überschrift von diesem Blocktrainer-Artikel, der natürlich auch wie der originale Artikel in der Videobeschreibung verlinkt ist, ist gerade ganz passend, denn die Bitcoin-Community wird da ein bisschen drüber gespalten. Wie funktioniert das Ganze? Was sind dann die Besonderheiten? Und wie kann man das ganze Thema überhaupt verstehen? Grundsätzlich gab es, ich habe das auch erst durch diesen Bericht gesehen, diese Rare Papers, die auch schon auf der Bitcoin-Blockchain gehandelt und getauscht wurden, sind auch relativ teuer mit so 60 Ethereum für so ein Seltenes. Finde ich auch ganz lustig eigentlich. Und ja, über eine Lücke im Taproot-Update ist es jetzt möglich gewesen, diese ganzen Codes, diese Einser und Nullen in Bilder und Muster zu verwandeln. Und das könnte natürlich ganz vorteilhaft sein, weil der Auslöser dafür ist das Ordinales-Protokoll, eben genau, welches sich diese Taproot-Lücke zunutze macht. Was ist das Ganze und wie funktioniert das? Man muss sich das so vorstellen, ein NFT ist auf Bitcoin etwas schwieriger, weil wir haben nur Bitcoin und Satoshi. Und ein NFT ist ja ein Non-Fungible, also ein nicht austauschbares, nicht verwechselbares Token auf der Blockchain und bei Bitcoin, diese Bitcoins und Satoshi-Nachkommastellen, die kannst du ja vertauschen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen den 10 Satoshis auf Lisas Wallet und 10 Satoshis auf Gustavs Wallet und was auch immer. Nur kann man das jetzt tracken. Du kannst ein einzelnes NFT auf einen Satoshi verbinden und das Ganze auch tracken. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass du zum Beispiel auf deiner Wallet jetzt ein Bitcoin versendest und dieser eine Satoshi wird mitgesendet oder wird als Transaktionskosten verwendet und ist dann fort und nicht mehr in deiner Wallet. Nein, das Ganze ist jetzt tatsächlich so, dass du einzelne Satoshis mit einem Video, einem Bild, was auch immer, in Verbindung setzen kannst und das Ganze ist dann auch auf der Blockchain gespeichert. Wild ist auf jeden Fall, dass jede Fullnode sämtliche Bilddateien, Videodateien speichern muss, also einmal downloaden. Und so kann das relativ schnell passieren und da steht auch in diesem Bericht drinnen, dass diese Ordinals den großen Blockspace von den Bitcoin-Blöcken, die wir alle 10 Minuten meinen, aufbrauchen. Diese Transactions sind natürlich auch ganz normale Input-Output-Kosten verbunden, aber diese sogenannten Witness-Daten, dieser Grafiken und was auch immer, sind viel kostengünstiger als ganz normale Transaktionen für Finanzen, Bitcoin-Versenden, hierhin, dorthin. Und das macht das Ganze auch relativ wild. Also da spalten sich jetzt diese Geister von den Leuten, die sagen, okay, Bitcoin, das darf nicht so zu einem NFT-Hype und Mist abgewertet werden und darf seinen Wert als Finanztransaktionstool auf keinen Fall verlieren und man muss da irgendwie was an der Größe machen. Sprich, da will jetzt Einfluss genommen werden, also Zensur, Diktatur, was auch immer. Da wollen auf jeden Fall jetzt sehr viele Bitcoin-Maxys dagegen sprechen und sagen, nein, wir wollen keine NFTs in diesen Größen auf der Blockchain, weil es wäre laut diesem Bericht auf jeden Fall möglich, dass wir eine gesamte Blockgröße von 4 Megabyte mit einem NFT vollquetschen. Hier ist das auf jeden Fall geschrieben. In der Praxis würde das natürlich um minus 90% verkleinert, würde auf 400.000 Bytes. Nichtsdestotrotz, sobald es auf die Bitcoin-Blockchain draufpasst mit der Größe, kann es dort festgehalten werden, ist dezentral, nicht zensierbar und eigentlich ganz gut, weil wenn du dann natürlich fies hast auf NFT-Transactions, wenn du damit irgendwelche Daten, Dokumente und Co., die leider dann öffentlich einsehbar sind, auch transferierst und speicherst, sind die da drauf und können nicht mehr verwechselt werden. Also eigentlich ganz spannend, dieses Ordinal-Protokoll. Wir können damit Dateien direkt auf der Blockchain, hier genannt auch Timechain, abspeichern. Und früher wurde damals diese OP-Return-Funktion für genau diese Rare Papers benutzt. Und jetzt geht das Ganze über einen einzelnen Satoshi, der getrackt wird und die NFTs quasi speichert. Denn hier sind ja auch nicht die NFTs wie bei OpenSea und Co. auf zentralen Servern, die Bilder, die durch deine Codes oder diesen Token entschlüsselt, gezeigt werden. Nein, hier ist wirklich das gesamte Bild auf der Bitcoin-Blockchain. Und finde ich eigentlich ganz cool, ich kann mir noch keine Anwendungsfälle hier jetzt rausziehen. Wird erst seit kurzem so als Thema öffentlich gemacht und auch wirklich verwendet. Sieht man auch auf Twitter. Mein Twitter ist voll davon. Das war schon der Sneak Peek zum Airdrop, den ich heute habe. Auf jeden Fall auch von Crypto Café. Ich feiere den Typen einfach, der macht auch ganz lustige Memes dazu und gute Infos. Und überall diese Memes hin und her, NFTs, Lightning, also ganz, ganz lustig. Und ich bin gespannt, wo uns das hinbringt. Schreib auf jeden Fall mal deine Meinung in die Kommentare mit rein, weil eventuell haben wir da was Gutes für die Zukunft von Bitcoin, dass die Miner wirklich viele Transaktionskosten verdienen. Die verdienen ja aktuell nur an der Inflation und Neuerschaffung der Bitcoins durch das Mining und auch nicht durch Transaktionskosten wirklich eine bedeutende Summe. Und ja, das passt auf jeden Fall. Hier ist noch ein Airdrop, den ich auf jeden Fall teilen werde. Jetzt haben wir schon zwei, den finde ich zufällig hier drinnen. Das passt. Über den wir richtig morgen. Ich habe hier morgen sogar noch einen Airdrop vorbereitet. Aber wir gehen mal auf den heutigen mit rein. Denn es handelt sich, auf Twitter geteilt, um den Smurf Airdrop. Und wenn man wissen will, was Smurf ist, reist man zurück in 2020, 2021, wo diese ganzen Ultra-Mega-High-Yield-Protokolle entstanden sind. Unter anderem, man kennt es vielleicht noch, Wonderland Time. Da konntest du einen Token kaufen. Du hast eine irrsinnige APR bekommen, hunderttausende Prozent im Jahr. Und diese ganzen gierigen Leute haben natürlich den Token gekauft, wie verrückt. Haben richtig dicke Renditen gemacht. Also du hast 10.000 Euro eingelegt. Am nächsten Tag hattest du schon 1.000 Dollar Profit und, und, und. Und da wurde man natürlich zu gierig und hat nicht ausgezahlt, keine Profite genommen. Und das ist so meine Regel Nummer 1 bei Altcoins, Renditensachen und so. Nimm Profite und realisiere diese. Und dieses Beispiel ist halt top, weil der Coin ging auf 10.000 Dollar pro einzelnen blöden Token. Und jetzt haben wir den bei 15 Dollar. Also man merkt, wo diese ultrahohe Inflation hingeführt hat. Das Ganze war eigentlich nur ein riesen Ponzi. Aber wenn man da kein Geld zahlt, Tokens geschenkt bekommt und auf ganz viele Vollidioten hoffen kann, die es in Kryptospace gibt, die es auch in den Bullruns vermehrt gibt, dann kann man tatsächlich durch so einen Airdrop echt ein bisschen was an Kleingeld reinholen. Der letzte Airdrop, der aufgegangen ist, war der Tenafire Airdrop. Den habe ich mal in einem Video erwähnt. Waren 500 Dollar, ist zwischenzeitlich sogar gestieben. Auf jeden Fall nett, den mitzunehmen. Wie mache ich da jetzt mit? Bitte beachtet, nehmt euch immer ein separates Metamask Wallet auf einem anderen Browser. Neue Private Keys, weil ihr wollt nicht, dass so ein Airdrop eure ganzen Funds in Gefahr bringt. Es kann natürlich auch sein, dass da ein scammy Contract mit drin ist. Und da einfach mal mit Vorsicht als Nachsicht besser hantieren. Das Ganze ist auf der Arbitron Blockchain und wir können da auf jeden Fall hoffen, dass wir da gut was abkassieren. Sein Info oder Airdrop. Ich mache das jetzt wirklich auch komplett selber. Auf Twitter anmelden, das bekomme ich auf jeden Fall hin. So, dann muss man den ganzen Post auch teilen. Ich werde dann aber aus meiner Timeline wieder mal löschen in der Woche oder so, weil das Ganze sieht dann im Nachhinein der Historie nicht so schön aus. Und den ganzen muss man dann natürlich noch auf Twitter folgen. Wie auch immer die das dann rausfinden, dass du mit deiner Wallet-Adresse den ganzen Airdrop bekommst. Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall sicher früh dabei. 5.000 Follower. Das passt für mich. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier vielleicht gratis Tokens mit Profit verkaufen können. Aber wie gesagt, wenn ein Airdrop nicht aufgeht, besser man macht mit. Weil von 100 Airdrops gehen sicher ein, zwei Stück auf mit über 1.000 Dollar Rewards. Wenn nicht noch mehr und einfach mal deine Quote in den Airdrop-Teilnahmen erhöhen, dann hört sich auch deine Gewinnchance bei diesen Dingen an. Und ich lese gerade natürlich von unserem Retweet müssen wir den Link hier einfügen. Das ist natürlich verständlich, dass wir das mitnehmen werden. Und zum Discord findest du hier, man muss sich ganz kurz verifien, dann gehst du hier auf diesen Campaigns-Geschenk. Du kannst dann hier Submit your Tweet und hier geht es rein. Hier gibst du deine Tweet-ID rein und dann bist du für den Airdrop hoffentlich drin. Also diesen Airdrop, schauen wir mal, was draus wird. Was draus wird, wird auch beim Bitcoin jetzt spannend. Denn tatsächlich haben wir hier, denn wir haben eine aufsteigende Support-Linie. Wie man die jetzt einzeichnet, ist irrelevant. Wir haben sie auf jeden Fall nach unten hin durchbrochen. Und was bei diesen Rising Wedges das Problem ist, wir haben ein Ausbruchsziel vom Beginn des Rising Wedges, von wo man es auch nehmen möchte. Es sieht mal ein bisschen nach Retest, ein bisschen nach Abkühlung aus. Und wie gesagt, alles bis 19.000 wäre noch voll in Ordnung, wäre absolut gesund. Am besten wir bouncen vorher noch. Aber der Bitcoin ist natürlich wie immer sehr, sehr volatil. Und du kannst nie genau wissen, wo er stehen bleibt oder wo er anfängt zu pumpen. Sonst hätte uns dieser Anstieg auch nicht so dermaßen überrascht. Und dabei werde ich einfach abwarten. Meine Longs, meine Limits, die warten schon, bis sie abgeholt werden. Und dann sehen wir, ob wir unsere Longs bis zum nächsten Bootland noch vergrößern können und in höhere Preisregionen mitziehen können. Dementsprechend war es das auch schon für dieses Video. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was bei diesen NFT-Sachen alles noch rauskommt. Ich bin auf jeden Fall hyped und denke, dass das mehr als positiv für das ganze Bitcoin-Ökosystem ist. Und dann hören wir und sehen uns schon entweder auf Telegram, entweder in den Kommentaren oder irgendwo auf Twitter. Ich wünsche euch wie immer Happy Games, vor allem mit den AirDrop, Bitcoin und Co. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao.